und da sind wir wieder auf der jagd nach köpfen das survival hat sich langsam umgedreht da wir fische im gepäck haben haben wir auch etwas essen und wir suchen ja die eingeborenen wo seid ihr denn wo seid ihr keine ahnung wo ihr seid aber ich will euch finden ich will euch finden und essen okay das essen geht ja nicht ein bein ein stein noch ein stein seid ihr jetzt da gespawnt wenn ihr das seht giftige büsche werden abgerissen einfach so giftige büsche wollen wir hier nicht gut energie ist leer wir haben nichts zu essen ihr wisst was das heißt musik wir suchen jetzt hier nach köpfen die wir nicht finden warum ist jetzt sucht man aktiv nach dem weil man köpfe braucht aber nö wo ist die frau hin wir sind ja lichtung haben wir uns ja öfters mal gebettelt dann ist sie ja da nach hinten gegangen kostet das eigentlich ja das kostet energie schlagen kostet energie hier ist niemand warum kann ich nicht da kann ich doch nehmen es regnet also bringt es nicht so vieles an zu finden 5 köpfe also wir brauchen noch 6 köpfe immer noch 6 köpfe der schwebende koffer ist da aber diesmal ist das schwebende koffer offen wer hat den schwebenden koffer offen gemacht wir laufen jetzt sogar mit musik hier lang und die finden uns nicht ich überlege mich ich überlege mir ob ich nochmal in die hülle gehe ach komm gehen wir in die hülle wir haben zwar hunger aber was sollt kommen wir können keine teuer machen machen das machen wir jetzt auch einmal ich habe keine ahnung warum er zittert ich meine er schon harter Ficker eigentlich ich meine wie viel er gerade umgebracht hat wie viele unschuldige leute er einfach getötet hat dann gehen wir einfach in die hülle und versuchen da mal besser durchzukommen in engen gingen finde ich den schwieriger zu besiegen als in den offenen und da liegt ne axt ok wir haben gegessen und jetzt gehst du in die hülle aber vorher gehen wir einfach weiter ohne dass wir die möwe töten ich wollte ihr nur angst machen ich wollte sie gar nicht töten wenn in der hülle halt nur 3 sind und nicht 4 und ich weiß nicht das ist echt eine gute idee wieder da hin zu gehen ja ist es ist es ich hätte gern moletov moletov wäre jetzt eigentlich wieso habe ich nicht moletovs geworfen fällt mir gerade auf ach ich hatte kein moletov stimmt in der Situation wäre Moletov da so gut einfach sich Moletov Korrekte werfen und dann einfach da rein werfen hat man gleichzeitig Licht weil die dann brennen und sie sind tot so dann müssen wir auch die gleiche her schnappen ok ist es wieder die gleiche Höhle? ne kann doch gar nicht sein ist so eine andere Höhle das ist eine andere Höhle ich glaub die werden irgendwann krasser ey weil die haben ja wieder alter wie viel da oben liegen ok ok das ist nicht so geil mit der Taschenlampe ok das wird spannend die Musik ist einfach weg oh Gott es sind ja 4 es sind immer die gleiche Anzahl in der Höhle ja nervvoll lassen die mich jetzt in Ruhe ich will nur kurz ich habe Feuer erschreckt ist ok habe ich die Taschen ja Taschenlampe einfach mal aus weil jetzt sehe ich hier was ähm wo ist er hin? wo ist er? äh 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 ist weg also es schuld mich jetzt nicht dass sie da jetzt einfach rum steht wobei eigentlich ist der Feuertyp eigentlich wichtiger äh vielleicht warum machen die nichts mir wäre lieber wenn die jetzt irgendwas machen wie die mich einfach angucken wow 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 das war jetzt hier aber das war jetzt nicht kross ey wow wow hör auf Feuertyp ist böser Feuertyp ist böser Licht geht aus Licht geht aus Licht geht aus Verteidigung 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 warten sie machen nichts Flaregun benutzen ok ist nicht geil ähm benutzt es doch wieso benutzt das nicht er hat es benutzt hm ok nicht so ideal ich dachte ich habe gerade aber ich habe die falsche Tasse gedrückt ich habe jetzt nicht W-A-S-D gedrückt nein du stehst nicht auf hallo ja hör auf hör einfach auf danke ähm cool innen stehen geschnittelt soo ich überlege mir einfach jetzt doch länger aufzunehmen als ich dachte das ist echt scheiße so zu kämpfen ne so jetzt töten wir einmal den hier noch ok der wäre weg der wäre weg und jetzt kommt der Anführer ist er schon ja er hat sich am Boden perfekt hey boah was habe ich mich denn da angestellt letztes Mal ok soo alter schwede guckt euch das an ey wie krank oh stylisch stylisch ok da gehst du weiter rein dann gucken wir nochmal solange die Taschenlampe war da gerade was ah paranoia ok wir müssen jetzt Koffer öffnen um eine Taschenlampe zu finden weil die Taschenlampe sind doch irgendwie dann besser Taschenlampe 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 ich glaube das war war das eine Batterie Once Equipment PSL at any time to roll up hm hm ein Snack ist auch nicht verkehrt hm jetzt haben wir wieder das Funzelding ähm ok geht auch Tennisball wieso kann ich das eigentlich nicht öffnen von dort kommen wir wie man unschwer erkennt das ist jetzt echt nicht mehr ne schade wir haben doch irgendwas mit dem Batteriesymbol aufgesammelt hm ok hier liegt viel Geld ich will eigentlich weiter hin das ist schwierig geh an geh an es ist einfach nur Geld hier liegt einfach nur Geld rum ok ach wir gehen jetzt einfach weiter ist jetzt auch egal einfach in die nächste Höhle so ok das hätten wir auch wir gehen mal langsam ein Verteidigungsmus raus weil wir nicht so weit gucken können und bevor uns einer einfach unerwartet angreift haben wir eben Verteidigung boah ist das groß ok hier Wasser ok ok da ist wir Licht wie viele sind das rechts ist glaube ich einer ok bleib hier bitte auch mal komm komm zurück das ist glaube ich unmöglich gerade hier so zu kämpfen weil die haben andere Sachen an obwohl das ist wieder der normale Laterntyp wieso haben die nicht Angst vor mir auch hallo nein mach das bitte nicht mach das bitte nicht nicht so ich hoffe man kann irgendwann bestimmen wie man halt eben schlagen will dass man halt sagen kann so entweder will ich nach unten schlagen oder halt nicht ach der hat echt eine Taschenlampe drin ich frag mich die ganze Zeit wie er das Licht macht lassen die mich irgendwie gerade hier in Ruhe oder warum interessieren sie sich nicht dafür was ich mit ihrem Kollegen gerade mache Alter warum warum ah von Day Survive auf von 7 auf 8 ok durch den Wack gestorben sollte man nicht mehr durch explodierte Teile sterben wurde anscheinend noch nicht geweckt naja der nächste Update kommt ja in 5 Tagen 42 Minuten und 18 Sekunden und jetzt in 5 Tagen mal jetzt sind wir nochmal gestorben jedenfalls siehst man nicht aus meinen Fehler yes hoffe ich jedenfalls jedenfalls das war es einmal und ja ich habe wieder meine Pläne geändert und es wird dann so ablaufen dass wir erst nochmal neu anfangen wenn der neue Patch rauskommt jedenfalls für heute ist erstmal Schluss ich mache dann wieder eine kleine Pause und dann sehen wir uns zum nächsten Mal bis denn beim nächsten Mal